Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ja, wirklich. Schon so richtig Stress, bevor überhaupt die Runde anfängt. Oh Gott, wäre das schlimm. Aber noch schlimmer wäre es, wenn du Sprachchat hättest. Oh Gott. Ich würde einfach permanent alles ausschalten. So wie in Freitag der 13., weißt du? Ja, ey, das Spiel habe ich, glaube ich, dreimal gespielt. Und nicht mal drei Stunden. Das war richtig. Die haben sich nur beleidigt. Da waren irgendwelche Kinder bei. Wurde da eigentlich jetzt mal irgendwas gemacht? Bei dem Spiel? Oder was das erneuert? Ich habe keine Ahnung. Ne, ach, ne, ne, das wurde ja total... Leider nein. Leider? Ja, an sich war das eigentlich ganz cool. Ja, wow. Am Anfang hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht sollte man da nochmal reingucken. Oh ne, es ist das Gespenst. Ich bin hinter einem Haken, du siehst mich nicht. Sie sieht mich vielleicht doch. Oh shit. Ja, ich sehe euch. Soll ich dir helfen irgendwie? Du stöhnst so laut. Ja. Oh, sie rennt. Achtung. Sie will mich. Sie will mich. Sie will mich hart. Wie, die hört sich ja voll abarten. Hi. Hi. Sie will mich. Sie verfolgt mich. Sie will mich hart. Oh Gott, wo ist sie? Wie war es denn? Oh Gott sei Dank, sie ist nicht die hellste Kerze im Leuchter. Hast du eigentlich mal Overkill jetzt nochmal gespielt? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Ach, ich würde es gerne mal wieder spielen. Das war eigentlich auch... An sich. Nein. Oh mein Gott. Hier, Palette, Palette. Wer ist hier gerade in der Nähe? Irgendwer war gerade hier in der Nähe. Palette, Palette. Ah, too late, too late, too late. Ich bin gleich da. Oh, wir haben, äh, Dings von Ruin. Oh, 3000 bringt ein, Jen. Das ist das erste Mal, dass ich gerade sehe, dass die Punkte angezeigt werden. Oh, sie ist da hinten. Gott, Alter, der jammert sich ja was zurecht. Was ist denn dat für einer? Wer? Ja, der ist tief. Ist das ein Jammerlappen? Ich habe ein Totem gefunden. Der hoffentlich ein Verfluchtes. Nee, leider nicht. Oh, ich habe das Verfluchte gefunden. Oh, leu. Sie ist aber schon wieder hier in meiner Nähe. Hä? Nein! Offensichtlich war sie sehr nah in deiner Nähe. Ja. Oh. Sieht so ein bisschen krank aus. Was ist denn krank aus? Und hier leuchtet Dings da. Hat irgendjemand eine Truhe gesehen? Ich brauche eine Truhe. Ja. Ich meine, habe ich, aber ich kann jetzt nicht sagen, wo die waren. Oh Gott, die hat Ruf der Kranken, Schwester. Ich hasse alles. Hat sie? Ja. Sehr safe. Park hat irgendwie so ein Reflex. Mein Gott, die stöhnen hier um die Bette, ey. Ja, wirklich. Ich höre mich selber die ganze Zeit nur jammern. Sie jammert. Alle jammern. Oh Gott, sie hat mich gleich schon wieder. Ich hasse alles. Vorsicht, ich komme hier bei euch lang. Äh, ja. Ja. Leute, das ist ein bisschen krisch. Uh, das war... Uh, sehr knapp. War ja on point. Ja. Gott, Alter. Hör doch mal auf hier zu heulen. Oh, ist das ein Typ. Mayday, Mayday. Oh, supportet sich schon wieder. Ich kriege die Krise. Oh, nein. Hä, was? Kann das jemand klippen? Was war das denn? Loll. Die ist schon wieder hinter mir her. Ja, ja, Jessie. Ja, ja. Was? Wie, ja, ja. Was meinst du? Ich bin hier gerade aus dem Fenster gestiegen, weil ich dachte, oh, ich höre sie. In dem Moment läufst du an mir vorbei und sie schlägt mich. Ich habe dich aber nicht gesehen. Nein, war auch gar nicht absichtlich oder sonst irgendwas. Das war einfach gerade nur sehr lustig. Fuck, man. Oh, ist das knapp. Oh, wow, 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 wow. Sprint Boost. Sprint Boost. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bitte nicht zu früh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Woo. Teammate des Jahres. Oh, Gott. Wo ist sie? Scheiße. Nein. Hey, können wir das nochmal wiederholen? Palette, 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 Palette. Ja, warte mal. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Stop, 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 stop. Wuhu. Ey, was muss man machen, damit man sich im Dings heilen kann? Oh, Alter, die klebt mir wie so ein Pickel am Arsch, ey. Das gibt es doch gar nicht. Ja, die ist... Wie heißt das jetzt hier nochmal? Hier, der spinnt. Nee. Der was? Ja, man kann sich doch heilen. Ach, der spalt. Heilen. Nee. Was? Was willst du? Man kann sich doch im... Dings heilen. Ach, im... 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 Im Schrank, ja. Ja, ja, im Schrank, genau. Aber man muss vorher ein Todesinn machen, wahr, oder so? Ja, genau. Ah. Thank you. Oh, die hängt mir schon wieder an der Backe. Achso, ja, fein. Kannst du schon. Danke. Danke. Du hast aber auch echt hässliche Haare, muss ich sagen. Ey. Die sehen echt nicht schön aus. Warum haben die sich bei der Lori nicht so viel Mühe gegeben? Ich weiß es nicht. Aber es würde mich nicht mehr wundern, wenn da irgendeiner von Franchise saß und gesagt hat, nee, das geht so nicht, nein, das muss so noch ähnlicher, nein, das geht so nicht, machen sie das so und... Oh ja, das ist schön. Und dann musstest du das halt nehmen. Alter, ich renne jetzt sonst wohin. Entschuldigt mich bitte die nächsten drei Stunden. Die ist ja da. Warum haben wir nur hier... Nee, warum haben wir nur einen? Weil wir die uneffektivsten Menschen auf Erden sind. Weil wenn die jetzt auch noch Barbecue hat und mir hier in die Ecke folgt, ich raste aus. So, Steve, einer... Ist jemand ein Floß näher, außer ich? Ich gehe, ja, ja, ich, ich. Ah, okay. Also ich gehe nirgendwo mehr hin, ich verstecke mich jetzt irgendwo am Rand da. Oh, ich glaube... Wie bitte? Okay, sie hatten mich jetzt. Ich komme... So, ich fange dann jetzt mal ein Jen an, ja? Ja. Ist das genehm? Ja. Ich hoffe, Frau Killerin sieht das auch so. Ist die noch bei dir? Ja, die ist jetzt weg. Also... Wir eilen zur Hilfe. Frauenpower. Ach, nööööö. Was'n jetzt? Die ist schon wieder am Arsch von mir. Festgeklebt. Jetzt in das Haus oben. Das ist nicht schön. Aber ich glaube, ich bin sie los geworden. Wow, Alter. Wie sie den Jen einfach komplett zurückgesetzt hat. Ja, es ist wirklich, dass wir hier rauskommen. Können wir die Jägerin von davor wieder haben? Ja. Damit habe ich mich irgendwie besser gefühlt. Musste man eigentlich wieder Eiter sammeln oder so? Nein, leider nicht. Ich finde das Event diesmal ein bisschen lame. Ja, die haben sowieso. Es war alles zu spät. Ich meine, ich finde es halt mit dem Spalt ganz nett und so, aber... Spalt? Naja, dass man da jetzt das Eiter-Sierum kriegt. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil das Eiter-Sammeln hat viel mehr Spaß gemacht. Ja, ja. Wer läuft denn mit ihr da gerade um, Jen? Ich bin so... Ich bin so... Loll, Flo. Oh. Oh. Wollen wir uns mal schnell hier irgendwo, ne? Hm. Das Verstecken. Zum Rummeln. Uh, schönes Fräulein. Komm mal her. In welchem Zusammenhang stehen die beiden eigentlich? Sind das Geschwister? Nee. Ach nee, er ist der Typ, der aus der Highschool oder irgendwie so? Ich hab die... Die hat ja auch Ruft der Krankenschwester. Wir ziehen durch. Durchziehen. Durchziehen. Läuft. Oh Gott. Ah! Du hast geschreift gelockt. Sorry. Okay. Ich will nicht wieder sterben. Oh nein, du aber auch nicht. Okay. Sie ist hinter mir her. Ich komme. Oder auch nicht. Aber ich hole Flo. Oder auch nicht. Ja, sie kommt hinter euch. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Mensch, Jessie, hier wurde ja noch überhaupt keine Vorarbeit geleistet. Doch. Das war ein Millimeter. Ja, aber ich leg doch gerade noch erst so kurz. Ich bin doch... Ich versteck mich mal wieder irgendwo im Nirgendwo. Ich hing schon, wa? Ja. Totem. Bye, my friends. Au. War schön mit euch. Jetzt müsste aber hier, ne? Alles geht, genau. Ein Generator. Ach echt? Oh Gott. Ach nö. Ich bin... Ich darf noch einen. Hier ist was los, ey. Wie anstrengend. Oh Gott, da kommt die ja schon wieder angeschissen. Irgendwer hockt mit mir hier an derselben Mauer. Flo hängt mit mir hier rum, lol. Flo hängt mit mir hier rum, lol. Ach nee, äh, noch ein Jen. Die patrouilliert aber da aus und... zwei Jens hier sind. Und... zwei Jens hier sind. Hallo, schöne Frau! Dankeschön. Das hast du aber gelogen. Das hast du aber gelogen. Wieso? Oh mein Gott, ich will einen Schlüssel! Gebt mir einen Schlüssel! Ich hasse alles. War vorhin so gut, ne? Vor drei, vier Runden oder so. Hatte ich einfach einen Schlüssel random in der Kiste gefunden und dann die Luke. Hui, ciao. Das war gut. Warum können wir das nicht nochmal wiederholen? Was? War schon jemand im Keller? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist vollum in der Kiste. Oh mein Gott. Das war es! Oh mein Gott! Und das? Oh mein Gott. Und das war gerettet? Ich wollte auch nur die scheiß Kiste durchwühlen. Immerhin hat sie noch was auf die Nase gekriegt. Okay, sie hebt sich nicht... Die geht zu der Hedge. Ja, ja, die geht zu der Hedge. Ich heile mich mal nicht. Ich krabbel jetzt mal auf die Hedge. Mal gucken, was sie dann macht. Ich hoffe, dann hängt sie mich an. Oder die geht zum Generator. Egal, ich geh einfach mal weit weg. Dann hast du die Chance wenigstens auf die Hedge. Also, war mal ehrlich, den Jen schaffen wir eh nicht. Wow! Oh nein! Nicht gut! Ich erhol mich ja einfach mal. Wie das denn geschafft? Okay, wir sind beide tot. Schöne Sache. Ich fand dich so gut versteckt. So ein Ärger. Guten Abend. Wie sie einfach erst zu Hedge läuft und sie gleich zutritt. LOL! Adrenalin! Finde ich ja schon wieder ein bisschen lustig. Damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Leider habe ich ja schon alle Paletten genutzt. Hallo! 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 Ui! Uh! Mitziehen finde ich immer wieder gut. Oh Mann, ey! Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Runde nur mit ihr verbracht. Ist ja grauenvoll. Ja, aber war auf jeden Fall mehr eine Herausforderung als die Runde davor. Hapu! Jetzt bin ich ja mal auf die Punkte gespannt, ob das wenigstens was gebracht hat. Das wäre ja zumindest mal was. Vor allem, ich hatte keine Herausforderung ausgewählt. Das macht mich total traurig. Juhu! Scherben! War gut. Und Jessie hatte wieder am meisten Punkte. Und Jessie war die Erste, die gegangen ist. Ja. Aber nur weil ich das Ding drinne habe. Nee. Generell. Ich habe gar nichts gemacht. Wie machst du das? Ich will das auch. Kenn dich gut. Alles weg. σει. Abonnieren.